Ja, hallo zusammen. Willkommen zurück zu meinem Let's Play von 007, der Morgen stirbt nie. Und genau, ich habe wieder Feierabend von der Arbeit und spiele jetzt wieder dieses schöne Spiel hier. Und genau, wir kommen jetzt beim nächsten Level an, und zwar Konvoi Schweizer Alpen. Ah, schön. Es geht in die Schweiz. Das ist cool. Schauen wir mal. Der Geheimdienst hat das Hauptquartier von Henry Gapter gefunden, dem Terroristen, der jetzt für Elliot Kabe arbeitet. Es befindet sich am Fuße der Schweizer Alpen. Ein Terroristenkonvoi ist auf dem Weg zu einem wichtigen Treffen im Versteck in den Alpen. Sie müssen den Konvoi zerstören. Q wartet mit ihrem Transportmittel hinter dem ersten Hindernis. Lassen Sie ihn nicht ins Kreuzfeuer geraten. Nö, keine Sorge, machen wir nicht. Wir probieren nämlich, alle Gegner hier so zu killen. Ja, genau. Wir sollen einen Konvoi vernichten von dem Terroristen Gupta. Ja, alles klar. Dann würde ich sagen... Warten wir noch die Ladesse... Ah, ja. Terroristenkonvoi Schweizer Alpen. Yo, das ist die Musik aus der Cutscene. Cool. Okay. So. Ich sehe da einen Typen da vorne. Und eine schwere Panzerung direkt. Die holen wir uns doch mal. Was haben wir denn hier alles? Hier haben wir nix. Infrarot? Ah, geil. Okay. Da sieht man hier diese... Ah, da ist jetzt zwar ein Debug drin. Aber da sieht man hier diese Typen. Zack. Ja. Fast. Geil. Das ist quasi der Sniper. Nur mit Infrarot. Also Nachtsichtgerät. Coole Sache. Ah. Moment, Moment. Da sieht mich doch... Ey, nix da, Freund. Ich sehe deinen Atem. Genau. Ah, das ist blöd, dass da jetzt so ein Grafikpack drin ist. Zack. Ey. Ah, ich sehe den nicht wegen dem Grafikpack. So, da bist du doch. Zack. Ey, hallo? Warum treffe ich den nicht? Ah, jetzt. Alles klar. So. Die Bucke ist doch geil. Ah. Nein, nein, nein. Du triffst mich ja nicht, oder? Zack. Ja, ich scheiße jetzt erst mal auf Headshot, weil... Ich muss erst mal hier überleben und durchkommen, genau. Ja, wir spielen wieder hier schön James Bond. Und wir sind Henry Gapta auf dem Fersen. Genau. Geil. Da bist du. Dich kriege ich doch jetzt mit dem Headshot, oder? Nein, auch nicht. Ich kriege den nicht mit dem Headshot. Warum kriege ich den nicht mit dem Headshot? Ich glaube, vielleicht ist das mit Stil gemeint, war mit Headshot und so. Und... Zack. Hey! Der wird einfach angeschossen und trennt einfach weiter, okay? Ah, jetzt kommt er. Komm schon. Ah! Der ist so schnell, hey. Oh! Ne, komm. Dann... Nimm die Kalaschnikow. Zack. Jo. Hä? Ah, da ist noch einer. Hey, 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 hey. Nix da. Moment. Da kriegst du wieder deinen... ...nen Sniper in die Fresse. So. Zack. Ich kann durch den Baum schießen, alles klar. Wie geil ist das denn? So. Dankeschön, Baum. Ja. Warum rennt ich überhaupt mit der Knarre rum? So, zack. Da war doch irgendwo noch Munition, oder? Ah, ich glaub, die brauchen wir hier nicht mehr, aber... So. Dann gehen wir mal hier lang. Weiter. Genau, Straßensperre. Und da ist dieser Konvoi, glaube ich. Ah, nee, das wollte ich jetzt nicht. So. Gehen wir mal weiter hier. Ah, da ist das Kawa-Zeichen da hinten. Seht ihr das? Dieses C. Ah, schaut mal. Hallo, Freund. Nee, 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 schließe ich nicht ab. So. Zack. Hier ist Ihr neuer BMW 750. Nach dem Zwischenfall in Hamburg musste ich einige Verbesserungen vornehmen. Bessere Maschinengewehre, hitzesuchende Raketen und eine stärkere Panzerung. Ich denke, wir kommen ganz gut zurecht. Und bringen Sie den Wagen diesmal an einem Stück zurück. Tue ich das nicht immer? Sie werden wohl nie erwachsen, 007. Genau, wieder Schleichtwerbung vom Feinsten. Und wir haben neue Ausrüstung bekommen. Raketen und so. Ja, geil. Okay. Kreis. Ah, genau. Ja, wir müssen hier Auto fahren. Jawohl. Terroristenkonvoi zerstören. Okay. Genau, dann machen wir das mal hier. Zack, zack. Hey. Hallo? Ah, so schießt man. Okay. Ah, man schießt hier so Minen. Irgendwie. Keine Ahnung. Maschinengewehr. Yo. Und wir machen jetzt hier einen auf GTA. Geil. Das ist geil. So. Und? Äh, irgendwie geht das nicht. So. Ich glaube, wir haben hier nämlich auch... Genau. Wir haben hier Raketen. Zack. Komm schon. Zack. Bam. Weil da gibt es, glaube ich, auch einen Side-Counter hier. Geht doch sterben. So. Fünf Wagen noch übrig. Ah, ausweichen. Die legen Minen. Was für Penner seid ihr denn? Zack, zack, zack. Ah, weiter hier. Oh. Der war geil. So. Und? Ah, die legen die Minen hier. Hört auf, hier Minen rauszuschmeißen. Das ist unfair. So. Zack, 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 zack. Ey, hallo. Ich fahre über alle Minen drüber. So. Vier Wagen übrig und ich habe nur noch zwei Leben. Scheiße, ey. So. Und dann macht ihr so. Zack, 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 zack. Und zack, 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 zack. Genau. Drei Wagen übrig. Oh, scheiße. Ich brauche Medipecs, ey. Oh, die Mucke ist geil. Yo, Rock'n'Roll. Oh, shit. Da sind Medipecs. Geil. Oh ja, gut. Gut, 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 gut. Okay. Und zack, 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 zack. Jetzt bist du dran, du. Du bist dran jetzt. Zack. Zwei Wagen übrig. Komm schon. Ich muss mich beeilen, weil die Strecke ist irgendwann vorbei und dann hat man verloren. So, komm schon. Komm schon. So, da bist du. Aber ich kann nicht drei Tasten auf einmal drücken. Das ist irgendwie blöd. Na egal. So, zack, zack. Da ist eine Rakete. Komm schon. Nein, ich bin tot. Oh, gut. Okay, shit. Oh, diese scheiß Minen, ne? Oh mein Gott. Hey, 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 hey. So geht's ja wohl nicht. Freund. Alles klar. So. Nimm die Rakete und... Oh, komm schon, ey. Und komm schon. Da ist der, da ist der Hauptwagen. Komm schon. Da ist der Hauptwagen. Hier. Zack, 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 zack. Komm schon. Geh doch sterben. Du Penner, ey. Hallo. Hey, hey. Oh, was ist das denn? Alter. Fuck. Ich bin schon wieder kaputt. Oh nein, ich glaube... Da oben ist es vorbei, wa? Hey, 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 hey. Nein, 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 nein. Ich will das jetzt nicht nochmal machen. Komm schon, komm schon. Geh doch sterben. Was machst du denn, Alter? Jetzt aber. Oh, ja. Geschafft. Boah, was war das, ey? Das war spannend. Das war spannend. Yes. Weil irgendwann hängt das Level auf. Und dann hat man verloren, wenn man die nicht rechtsseitig geplättet hat. Oh, das war schon mal spannend, Freunde. Na toll, keine Cutschen, kein gar nichts. Und das Level hat nur sieben Minuten gedauert. Was ist das denn? Naja, egal. Ich drücke einfach mal auf weiter und mache hier einen kurzen Cut rein. Und nehme dann gleich nämlich direkt den nächsten Cut-Part auf, nämlich Skipiste. Jawohl. Dann bedanke ich mich schon mal für diesen Part fürs Zuschauen. Und wem es gefallen hat, der möge doch einen Kommentar oder ein Like oder ein Abo dazugeben. Und darüber würde ich mich sehr freuen. Gut, dann würde ich mal sagen, bis gleich. Tschüss, tschüss.